Tag 3 des Fit4Future Feriencamps und es freut mich, dass du wieder mit dabei bist. Was war das gestern für ein actionreicher Tag? Mit der Challenge, rette das Ei. Gut, ich muss zugeben, mein Ei hat es nicht überlebt, aber ich hoffe, bei dir hat das Ganze besser funktioniert. Ansonsten hatten wir gestern noch Tai Chi, Qigong und viele, viele weitere coole Sachen. Ich kann mich auch noch an das tolle Interview erinnern mit der Diplom-Psychologin über Smart4Me. Du weißt nicht, was das ist? Kein Problem, du kannst dir alle Sachen von gestern noch einmal ansehen. Wir haben es aufgezeichnet und du kannst ganz einfach auf unserer Homepage Linksübersicht unter den Tagen, die noch einmal die Videos ansehen. Ja, und heute machen wir eine Reise nach Europa. Doch davor habe ich noch ein paar Informationen für dich, denn ich möchte natürlich noch einmal auf unser Gewinnspiel hinweisen. Richtig, du kannst etwas gewinnen und zwar zeigen wir dir jeden Tag zwei Lösungsbuchstaben und zwar immer in den Live-Sendungen. Also vielleicht kannst du auch heute schon mal so ein bisschen deine Augen öffnen und auf den Hintergrund achten. Irgendwo findest du zwei Buchstaben. Ansonsten gebe ich dir noch den Tipp, solltest du mal Probleme haben, dich in unseren Live-Stream einzulocken, und dann lad dir doch am besten die Teams-App herunter. Vor allem, wenn du es mit einem Smartphone machst, dann funktioniert das deutlich besser. Und natürlich habe ich auch heute für dich eine Challenge vorbereitet. Und zwar heißt die heutige Challenge Balance oder balanciere eine Flasche. Jetzt ist das sehr schwer. Ich werde dir das einmal zeigen, was du brauchst. Du brauchst eine Flasche, bitte, ganz, ganz wichtig, es muss eine Flasche sein, die nicht kaputt gehen kann. Keine Glasflasche. Du kannst ein bisschen Wasser reinfüllen, dann ist ein bisschen mehr Gewicht drinnen. Du legst dich auf den Boden, nimmst die Flasche auf deine Stirn. Das alleine finde ich persönlich schon sehr schwierig. Und dann ist deine Challenge, aufzustehen. Mit der Flasche auf deiner Stirn. Lass das erst einmal sacken. Das ist nämlich eine richtige Herausforderung. Anfangen würde ich mit einem Bierdeckel oder mit etwas runden, schweren, so wie ich es hier habe. Das legst du dir auf die Stirn, legst dich flach auf den Boden und versuchst dann aufzustehen. Wenn du das geschafft hast, dann würde ich mich an die Flasche wagen. Also das ist deine heutige Challenge. Und übrigens, wir hier im Studio haben es auch schon probiert. Ich verrate jetzt nicht, wer es geschafft hat. Gut, ansonsten, wenn du Fragen hast, wenn etwas nicht funktioniert, dann schreib uns gerne eine E-Mail oder schau auf unserer Homepage die FAQs an. Ansonsten sage ich danke, dass so viele immer wieder einschalten und uns auch Rückmeldungen geben. Finde ich ganz, ganz wichtig und auch wertvoll. Ja, dann würde ich sagen, nächster Punkt. Richtig, wir machen ein bisschen Bewegung. Du weißt ja, dass ich mit einem Wachmacher mit dir gemeinsam aktiv in den Tag starten möchte. Und damit wir erst einmal hier oben ein bisschen wach werden, machen wir wieder eine kleine Fingerübung. Und ich lade dich ein, aufzustehen und gleich mitzumachen. Und zwar erstmal das Peace-Zeichen, dann kleiner Finger und Daumen zur Seite. Du kannst gleich mitmachen. Jawohl. Schau mal auf den Bildschirm und mach gleich mit. So, kleiner Finger, Daumen, Peace. Super. Der sieht gut aus. Ausschütteln. Und wer am Montag schon dabei war, der weiß, was jetzt kommt. Richtig. Eine Hand Peace, andere Hand Hang Lose. Und wenn ich sage Wechsel, ist hier das Peace-Zeichen und da ist dann das Hang Lose-Zeichen. Einmal hinschauen und wechsel. Sieht leicht aus, ist es aber gar nicht. Ich habe schon ein paar Mal geübt. Jetzt bist du dran. Und wechsel. Und wechsel. Und wechsel. Und wechsel. Und ausschütteln. Jetzt nochmal Konzentration und Fokus auf die Hände. Jetzt brauche ich dich. Und wir starten. Und wechsel. Konzentrier dich auf deine Finger. Es kann jeder. Und wechsel. Wem es zu einfach ist, der klatscht einmal dazwischen. Ansonsten bleibst du ganz normal beim Wechsel. Und wechsel. Und wechsel. Und wechsel. Sehr schön. Und ausschütteln. Das kannst du gerne noch einmal selber probieren. Mit deinen Eltern, Freunden oder auch Geschwistern. So. Und jetzt werden wir uns noch ein bisschen hier oben warm machen. Ganz einfach. Du versuchst mit deinen Fingerspitzen, deine Zehenspitzen zu berühren. Okay. Wie das ausschauen soll. So. Zack. Schön weit nach oben. Dabei einen aufrechten Körper behalten. Und auf den Bildschirm schauen. Und dabei noch lächeln. Und zack. Und nach oben. Jawohl. Sehr gut machst du das. Also du merkst, das Bein ganz weit nach oben. Bauchmuskeln ein bisschen anspannen. Aufrecht stehen bleiben. Gut machst du das. Atmen nicht vergessen. Schön ausatmen. Okay. Und ausschütteln. Jetzt hoffe ich, dass du bereit bist. Wir nehmen nämlich jetzt noch unseren Rumpf mit dazu. Du streckst die Arme zur Seite und jetzt drehst du dich auf eine Seite komplett und versuchst dann mit den Fingerspitzen deinen Fuß zu berühren. Die linke Hand berührt den rechten Fuß. Okay. Ich mache dir das einmal vor. Und zack. Und andere Seite. Zack. Und nochmal. Jawohl. Komplette Rotation im Oberkörper. Das Tolle an der Übung ist, wir aktivieren die Beine. Wir mobilisieren den Oberkörper. Bauchmuskeln sind angespannt. Und dabei wichtig, noch lächeln. Und atmen nicht vergessen. Jetzt steig ein. Und los geht's. Eins. Zwei. Drei. Jawohl. Komplette Drehung im Oberkörper. Aufrechter Stand. Und atmen nicht vergessen. Du bestimmst dein Tempo. Sehr schön. Ich glaube, das reicht uns. Ein bisschen ausschütteln. Sehr schön. Danke, dass du mitgemacht hast. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke schon, wie der Kreislauf in Schwung ist. Und ich bin jetzt bereit, um auf unseren gemeinsamen Tagesplan einen Blick zu werfen. Wie vorher schon gesagt, wir sind heute in Europa. Und wir haben wieder ein abwechslungsreiches und wirklich cooles Programm für dich zusammengestellt. Im Anschluss daran zeige ich dir nochmal die Glücksbotschaft von Eckart von Hirschhausen. Und wir starten um 9.30 Uhr richtig sportlich mit einer Power Challenge und Franzi Steinwender. Wir werden live zu ihr schalten. Das Ganze ist für die Kids. Im Anschluss daran für die Teens ein Heat Training. High Intensive Intervall Training. Franzi wird euch hier zum Schwitzen bringen. Das kann ich dir garantieren. Also wenn du eine sportliche Herausforderung brauchst und fit in den Tag starten willst, dann mach da mit. Im Anschluss daran wird es eher ein bisschen ruhiger. Ich darf dich live im Studio begrüßen. Und wir werden gemeinsam den weltbesten Papierflieger basteln, den du kennst. Ich habe ihn hier schon mal vorbereitet. Und du siehst schon, die Performance ist einmalig. Und ich zeige dir, wie du den machst. Danach haben wir zwei Videos vorbereitet. Und zwar geht es da um unsere Outdoor-Aktivität. Es geht um Frisbee-Golf oder auch Disc-Golf. Und ich zeige dir auch in einem Do-it-yourself-Video, wie du eine Frisbee ganz einfach selber machen kannst. Und das Tolle ist, sie fliegt auch. Es funktioniert. Wir haben gestern schon im Studio hier selber probiert, wo sind denn unsere Ziele und haben etwas anvisiert. Und wir hatten jede Menge Spaß. Ich probiere es mal. Also du siehst, sie fliegt gut, sieht gut aus, beziehungsweise kannst du sie so gestalten, wie du es möchtest. Ja, und dann nach der Mittagspause habe ich einen richtig coolen Gast live hier im Studio in München. Lea Scheirer, Bundestrainerin Skaten. Ja, sie kommt wirklich und sie wird mir alle Fragen beantworten rund um Skaten. Und auch dich lade ich ein, wieder ein paar Fragen in den Chat zu schreiben. Danach werden wir wieder einen Ausflug in Yoga machen. Das ist dann die dritte Yoga-Stunde. Und wir schalten hier wieder zu Sarah. Und diesmal geht es um Gleichgewicht, um ruhige Atmung. Also wer das ausprobieren möchte, lade ich recht herzlich ein. Danach sind wir wieder voll im Element Rhythmus und Tanzen. Mando hat seinen zweiten Teil mit Beatbox. Ich kann nur wieder sagen, bitte Katze, bitte Katze. War sagenhaft, sagenhaft. Bitte, verpass es nicht. Und dann haben wir noch mal ein bisschen Tanz mit Sesai. Gestern durfte ich spontan mitmachen. Vielleicht klappt das heute ja wieder. Sesai zeigt dir coole Tanzmoves. Und da bin ich schon sehr gespannt. Ja, und dann freue ich mich. 17.15 Uhr wieder live hier aus dem Studio in München. Darf ich dich verabschieden? Wir werden den Tag gemeinsam reflektieren. So, lass uns noch kurz einen Blick werfen auf die ganztägigen Programme. Du weißt ja, coole Rezepte. In Europa, da steht jetzt mal alles unter dem Begriff vegetarisch. Wir haben einen komplett vegetarischen Tag für dich. Nämlich ein spanisches Omelett. Ohne irgendein Fleisch. Dann haben wir einen veganen, leckeren Grillteller. Habe ich mir angeschaut. Sieht super lecker aus. Kann ich dir nur empfehlen. Autoaktivität, habe ich schon gesagt. Haben wir Frisbee-Golf bzw. Disc-Golf. Und du lernst die Frisbee selber zu basteln. Dann zeigen wir dir in einem Video, wie du diese unattraktive Taschentuchbox verschönern kannst. Zu einem Highlight machen kannst. Beziehungsweise auch, dass sie so ein bisschen verschwindet in dem Raum. Fällt ja doch immer ein wenig auf. Dann kommen wir zu unseren Lifehacks. Und die sind heute richtig cool. Wir haben ja, oder viele haben ja gerade Ferien. Und dementsprechend dreht sich alles rund ums Reisen. Du siehst, ein Koffer kann ganz schön klein sein, wenn man viele Klamotten hat. Ich zeige dir eine Technik, wie du viel mehr Sachen in diesen kleinen Koffer bringst. Und ein Korken kann dir richtig gute Dienste erweisen, wenn du unterwegs bist. Also sei gespannt und schau dir den heutigen Lifehack an. Ja, und es geht wieder raus in die Natur. Du brauchst eine Eierschachtel ansonsten nicht, sondern bist du bereit für Natur-Bingo. Wirklich ein richtig cooles Spiel draußen in der Natur. Ja, also heute reisen mit mir gemeinsam nach Europa. Das Programm sind wir durchgegangen. Ich hoffe, ich konnte deine Neugierde wecken. Und du wirst es ein oder andere heute dir mal anschauen. Oder auch live dabei sein im Studio. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Untertitelung des ZDF, 2020